Musik Wir haben gerade eine Liste bekommen, darum haben wir auch echt gebeten. Das sind jetzt Namen, ich glaube hier 35 Namen von den 200 Kindern. Das sind alles Kinder, die sich keine Schuluniform leisten können, die so circa vielleicht zwischen 50, 60, 70 Dollar umgerechnet kostet. Und da haben wir gesagt, wir kümmern uns darum, wenn wir in Berlin sind. Musik 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 Vielen Dank.